Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Okay, Dankeschön. Ich habe heute schon erwähnt, dass ihr ein Hammer-Publikum seid. So, einmal hier oben festhalten. Okay, und ab geht's. So, einmal locker vom Hocker über die Piste mit Passagieren im Fahrzeug. So, jetzt sind wir natürlich wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Und natürlich ein Riesenapplaus für unsere mutigen Mitfahrer. Super. So, einmal beim Anthony einsteigen. Einmal bei ihm. Er fährt mit euch nochmal. Ja, dann komm, dann fahren wir noch einmal wieder. Auf geht's. Drei Stück. Genau, rein. So, nee, die Dame machen wir noch hier rein, die kleine. Komm, hier rein. Hier unten noch ein, einmal die Mittelrutspritte. Eine Fahrt machen wir noch. Wir wollen ja niemanden ertäuschen hier. Ja, abschneiden wir nicht schlecht. Immer hier oben festhalten, bitte. Und ab geht's. Über die Rampe. Und zack. Und zack. So, jetzt noch mal einen Applaus für die mutigen Mitfahrer. So, und natürlich geht es Schlagabschlag weiter. So, jetzt wieder eine Spezialfahrt. Und zwar wird das Fahrzeug von außen komplett gesetzt. Einer auf der Kühlerhaube, einer auf dem Dach, einer auf dem Kofferraum und ein Stuntman wird noch aussteigen und sich frei auf die Seite des Wagen stellen. Ja, doch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.